Alter, was ist mit Minecraft denn los? Wo bleibt jetzt die dritte Dimension? Ach, die bleibt hier wohl aus. Denn wir spielen Terraria. Mit dem Typen da. Die Bitch von nebenan, wie sie hier heißt. Die sieht komisch aus. Ich bin geil. Du bist die Bitch von nebenan, halt, ne? Ich weiß, dass du geil auf dem Weg bist, also sagt man nichts. Ihhh. Alter, hack doch mal den untersten Mid ab. Wieso sollte ich? Ein Holz mehr. Komm nicht mehr, holst du. Die Bitch von nebenan. Wir sind ein Team, du bist. Such dir ein eigenes Verhalt. Also nicht ein Team. Doch, such dir ein eigenes Verhalt. Ähm, ja. Ist ein letzter Test. Ja, schau und hier. Beleint. Ich bin gerade zum ersten Mal dafür. Was gibt's viel zu Terraria zu sagen? Nichts. Es ist Minecraft. Mit 2D. Und es gibt viel mehr Endbosse. Es gibt Maschinenbewehre. Es gibt Laserwaffen. Es gibt alles Mögliche, was in Minecraft ist. Okay, ich nehm den einmal in der AK. Ich wär im 60. Alter, ich kann das Holz nicht abhacken. Guck dir das mal an. Oh, jetzt. Das dauert mal ein bisschen. Adam, ich wüsste an den Timmer-Mod. Ist das der Timmer-Mod? Ich hab schon einen. Ja, ich glaube auch. Hier ist gleich ne Höhle. Ja, hier ist auch schon eine. Lass erstmal ein bisschen Holz packen. Sterb, Slime, sterb. Ich habe ein eigenes, schönes Häuschen bauen. Oder auch ein schönes, schönes Raffi weg. Ich hab einen Flinkhalztrank. Was? Ich hab einen Flinkhalztrank gefunden. Cool. Ich hab gerade einen Slime zu dir geschossen. Uuh. Und wie man hier sieht, wenn man Escape drückt, kommt man in so ein Menü. Da kann man hier so ein paar Sachen nichts machen. Ich glaub, die meisten Zuschauer kennt die Rache, ja. Aber wer es noch nicht kennt, das ist es. Wer es nicht kennt, der sollte es mal selber spielen und nicht bei uns dazu gucken. Hm. So, nach einer kleinen Störung haben wir es dann auch wieder, oder gesagt, ich. Ja. Und warte, es fällt euch vielleicht etwas auf. Ich nehme mal wieder auf. Wuh. Alter, du bist gerade voll weit weg. Es waren nur drei Blöcke. Kekse. Fuß. Fertifid. FG. Klingt logisch. Warte, ich komme, du kleine geile Sau. Alter, Pfeilschaden ist extrem, Digga. Digga, warte doch mal. Alter, wo bist du? Oh. Du bist ja nicht ehrlich runtergesprungen, oder? Doch, ich habe einen Bogen gefunden und 40 Pfeile. Ich habe ein paar Kästen hier gefunden. Was glaubst du, wenn Pfeile macht? Oder ich toll, wenn Pfeile. Genau, ich kenne das Spiel auch ein bisschen. Ich kenne das nur so, ich habe nur ein bisschen was angepuckt, also von Display-mäßig, sondern nicht nur Müll, aber. Tun wir sowieso. Wie man in der Nähe von, ähm, von diesen Crafting-Cables ist. Kann man mehr craften. Da muss man schon da dran sein. Ich habe eine Probe von ihm. Was ist drin? Ich weiß. Big J Boss hier. Kannst du nicht mal, kann man nicht irgendwie teilen? Ja, du kriegst gleich ein paar Haltritte. Was hältst du von Pfeile und Sägen? Oh, wieso soll ich den? Hier ist schon wieder eine Kiste, der ist wahrscheinlich auch schon ausgewandt. Ja. Was war da drin? Da war da Bogen drin. Ich muss mal sagen, wir sind lang und sind gerade hier auch, oder? Wie groß hast du die Welt gemacht? Ganz groß. Super. Super, bau ab. Ich bin dabei, wenn man eine Kurfahrer, die sich traut, ganz in die Kalehne von Anfang an hatte. Ja, das ist normal, weil ohne gibt gar nix. Würde Dinge kaputt gehen können, würde mal die leichten Deadlocks kommen. Und wenn du vielleicht diesen PC-Tool bekommen hast, oder du? Ey, bei dir das ist ein Varia. Nein. Ach nee, du bist bei der Fahrer. Ja, das würde ich auch aufnehmen. Ja, das würde ich auch mal ein Test von Dirt-Schraudown machen. Hm. Doch, das ist schrittig abgespielt. Nein, das war das andere Dirt, Dirt-Drei. Ah. Ich Dirt-Schraudown. Ah, da kam Blau Slime. Ich kippe ganze Zeit gegen Blau Slime. Nimm die Axt, dann könnt ihr dich nicht schlagen. Macht aber wenig Schaden. Ich bleib bei deinem Dildo. Den Dildo der Vergessenheit. Den Penetrator? Ja. Ich spielst du viel, selbst wenn ich für deine Altersklasse da bin. Also, ich hätte mir gedacht, hier bauen wir unser Haus auf. Ja, meinetwegen. Aber dann kommt ein Blau Slime, die Batschel übernehme. Na, Adi, hier schon ein paar so. Ich habe noch 50 Leben. Oh, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Zwei schaffst du nicht. Zwei schaffst du nicht. Lass mich, lass mich, lass mich. Lass mich. Oh, hier kommt noch einer. Halt von dem weg. Halt mit keine Chance. Wie wäre es, wenn wir es lieben? Wie wäre es, wenn wir mal ein paar Fackeln platzieren? Ich bin aus, weil das ja, glaube ich, wie man in Minecraft muss. Oh, er hat mich bekommen, er hat mich bekommen. Hattest du auch? Okay, da will ich nicht platzieren, also. Erstmal Schleim töten. Mann, er hat rüber geschafft, er hat rüber geschafft, er hat nur noch viel Leben. Lass mich. Lass mich. Man hat bis mehr Leben, aber auch so viel mehr auch nicht. Ich bin so ein Jahre geil auf mich. Ja, wer hätte die Bildschirm, der... Ach, der Nachbarn, schau, er von nebenan. Alle falsch, ne? Sag nichts gegen meinen Skill, okay? Irgendwie... Irgendwie mit der rechten Moster, das macht man gar nicht, oder? Äh, doch, um beim Craften. Warum nicht winden? Wir fangen jetzt mal mit der kleinen Finger wieder an, okay? Ja. Lass mich auch rein. Müssen wir auch noch rüber springen kann. Ja, das klingt gut. Alright. Ich mach's erstmal ebenhertig, der... Uuh. Alla, wie viele da draußen sind. Die kommt nicht rein gepusst, sie 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 kommt nicht rein gepusst. 40 aber ich habe einen Bogen bekommen, ich habe Bumerang. Hier hast du Pfeile, wenn du einen Bogen hast. Ich habe keinen Bogen. Du hast dann Pfeile. Ich weiß nicht, weil ich cool bin. Hier kannst du auch einen Bogen bauen. Dann mach dir mal einen Holzbogen. Ja, mach ich jetzt auch. Einen Holzbogen, bitte sehr. Und irgendwie die Skop-Wachschweig gefällt mir überhaupt nicht. Ja, und da rechts in der Ecke hast du drei Heiltränke. Wieso, soll ich dir auch mal ein Holzbogen machen? Wieso, ich habe ein Puffer-Schwert. Holzbogen ist besser. Hä? Ich habe einen Bumerang. Und ist schnell. Ah, die Schweren, die brauchen wir. Glaube ich. Nein, jetzt hör ich, der verschwindet schon nicht, oder? Ich weiß es nicht, bei Sonnenaufgang glaube ich. Soll ich das nicht so kommen habe. Ich darf mir weiter machen. Oh, sie kommen rein, sie kommen rein. Oh, sie kommen rein, sie kommen rein. Der macht doch totes Stück. Oh, okay, das geht doch viel besser. Warte, sie kommen rein. Sie kann rein. Dann warte doch mal auf mich. Prozent 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 ein ein das Wort du bist und sich muss man sich nicht verlaufen links oder rechts ist wohl nicht so schwer oder ja nicht so wie bei Minecraft Alter ich jetzt noch ein Auge, du lässt mich hier mit dieser ganzen Scheiß nicht allein Alter du hast noch 66, du hast fast 70 Leben, sag nichts das 73 Leben 74 für mich wie sie macht dann ja auch die Tür auf, wer dich rausgeswitzt wird, um im Wiki nachzugucken ich hab auf jeden Fall den Stern Super! Alter, dieses Scheiß Auge macht 21 Schaden ich hab nur 100 Leben Kupfer Münze ist das der Mannschwert aus Minecraft boah, der Schaden ist so heftig wie du regeneriert aber so schnell die Leben bei mir überhaupt nicht bin auch tot Danke, dass du so dämmt bist und nachts die Tür aufmacht nachts bitte bitte jetzt nimm ich gar nicht meine Sachen auf, die sind im Haus nein man, klar ich hab keine Sachen I'm a dead ninja war es so klar, dass wir jetzt nur noch sterben werden? also ich behalte meine Sachen ne ich nicht mehr wurde um die Hälfte gekürzt glaub ich wurde um die Hälfte gekürzt ah ne damit meine ich wahrscheinlich dass ich einfach durchgehackt wurde oder so wie kann man eine schöne Frau wie wir das haben tun? ich hab doch so ein schönes Sexleben oh ein Auge, ein Glutscher, ein Glutscher komm her du naja ich würde mir wissen, dass es so ein bisschen dunkel ist aber aber ich bin mir so ich bin mir dazu sagen aber verschadet auf auf ich bin ich bin ich bin im und alt war das ist die Kauke ja 9 10 11 Fakten nicht in den Eintracht in der Eintracht er liebt auswählen und dann linksblick durch den Hand ja und die Fakten der Hand hier verleuchtet auch die Fackeln in der Hand Hier, das hat 54 Sekunden. Kommt her, ihr F***er! Am besten beleuchten wir am nächsten Morgen mal den ganzen Weg oder wir müssen nicht mehr abkasten. Malz-ID! Was? Bist tot? Hä, wie denn? Ach ja, und diese 43 Sekunden... Da steht noch was, wenn man drauf fällt. Und das steht da? Mh... Krankheitstrank kann keine High-Items mehr verbrauchen. Ja, das kann man nur einmal? Ja, und dann muss man irgendwie den Cooldown, das hat sozusagen Cooldown. Okay. Ach so, ist es nur die Cooldown? Ja. 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 Dann ist es mal klar, dass ich... ... gilt was denn. Wie viele Zombies da unten sind? Hallo? Ja, hallo, platz ich mal hier eine Fackel. Oh, ich hab ja am Boden. Alter. Welchen IQ hast du nochmal? Sehr hoch. Der hohe Endmanagement. Es macht es tot! Ich bin dabei! Mach es weg! Mach's weg! Mach's weg! Mach's weg! Mach's weg! Genauso wie so ein kleines Kind zu einer Spinne. Wieso kriegst du denn Holzpfeile? Wieso kriegst du denn Holzpfeile? Was ist denn denn abgefossen? Wahrscheinlich! Habe ich dir jetzt echt gemorscht? Ich hab meinen Mumerang reingehalten. Der macht multiklin. Und alles an mir. Also sag mal. Der macht es tot! Du hast ihn voll zu mir geschlagen, Junge! Bist du tot? Ich springe. Er springt. Ich lauf unten drunter durch. Du schlägst ihn erstmal gegen mich und ich sterbe. Das ist doch so ein Penner. Ich bin halt der Pendinator, ne? Ich merk's. Der Pendinator. Nein, du Augen magst mich jetzt nicht. Und das... All diesen drei verfickte Augen! Ey, ich stech euch die Augen aus! Also ich finde am Anfang erstmal ein bisschen unangenehm. Ja, wenn man das... Ist in der Minecraft auch. Aber nein, du machst ja das Tor auf. So! Ich... Ich mach dich allein dafür... Ich bin das genau neben mir runtergekommen. Hab ihn! Alter, ich seh den Typen nicht, weil es so dunkel ist! Oh ne, jetzt kommst du wieder so Gluckscher an! Nein! Oh ne! Nein! Scheiß Auge! Alter, ich darf jetzt nicht sich nicht wieder sterben! Denn ich nehm den Schlag! ich habe noch sechs Leben der Besuchstorben doch gefördert ich lasse mir den Kopf wegreißen auch nicht so schön alter was bis auf die Sprüche das andere Portet das ist nicht angepasst andere Portet es setzt eine minimale Intelligenz hervor er voraus selber Penner Schüttemberg, ich darf mich heute nicht aussprechen Achtung, hier ist ein Globschau der macht ihn tot, der hat schon richtig viele schon von getötet, Digga wäre toll, du hast einen Bumerang Vogel ich will gleich schon wieder tot ich bin tot Alter, du hast den Bumerang geblieben? ja ich habe dafür die 40 Pfeile gegeben lieber Bumerang, Digga ne, so toll ist er gar nicht, ich habe hier ganz viel mit Holzschwert gemacht du kannst aber, du wirst ihn einmal, damit triffst du ja ganz viele viele viele, die kaum Schaden kriegen ne Slime Band Headshot sorry aber ich bin eben eine Frau ich kann nicht so viel kennen ich bin ein tierlicher ich bin für ein Sexer komm mal her, mach mir kleine Soldaten ich bin da auch mitbraucht zu werden ich bin da auch mitbraucht zu werden siehst du den Pfeil? ne, tatsächlich gar nichts oh außer meiner Momo aber irgendwie ja, verschwindet nach so einem Aufgang ist eine Munition und ein Material jetzt guck ich mal im Wiki ich guck jetzt nicht im Wiki ich bleib euch nicht ich bleib dir nicht ich bleib dir nicht ja, ähm wir machen uns als erstes mal eine Tür ähm, hier, hier, hier dann das ist auch das Deutsch-Wiki nehmen wenn ich deutsche Bilder vereinser und wir platzieren eine Tür, Tür, Tür wir haben eine Tür wir kommen jetzt eigentlich zu den ganzen neuen Materialien wir kommen jetzt eigentlich zu den ganzen neuen Materialien nun hast man im Einkauf gespielt aber ich bin für diese wir machen ah, die Sternen brauchen wir für Mana und mal erworben für bestimmte Waffen also für Zauberwaffen ja für eine bestimmte Waffen mach nicht nur Munition auch Mana Wofür brauchen wir die Sterne? das hast du jetzt nicht gefragt, oder? das war das, dass du gerade erklärt hast ja, ganz zufällig ja, wie von dir gewohnt oh Eisenhauttrank Rackeln 33 Churiken 3 Kupferbaren und 130 Wurfmesser cool ich guck mal, wie man Heiltrecker macht das war irgendwas mit Pilzen Phönix ja, Laserkanone gibt es hier geile Laserschwerter Flammenwerfer ich hab echt in diesem Game so wenig Ahnung ey auch so hier sind wir bei den Tränken schwacher Heiltrank schwacher Heiltrank geil und so zu ziehen können okay sie sind aber ganz schön stark immer Leute wenn hier irgendwo nichts rumliegt dann leuchtet die auf so so ich finde das geil weil ich mich auch wieder zackeln in der Hand in der Hand dass sie da auf den Leuten ich kann das ja auch gleich mal demonstrieren ich kann mir jetzt noch einen Gein Schuriken wieder ein ähm fackel, fackel, fackel oh da hab ich sogar hier hier in der Hand hier d okay, was brauche ich dafür uch 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 Flasch uch k ok, braucht noch einen holztisch uch Schuriken sind eigentlich ganz so schlecht aber verbraucht sie auch schnell Ich hätte eben 40, jetzt hätte ich noch 17. Ich hätte auch noch Wurfmesser. Ähm... Ich komme mal mit dem Wechseln der Sachen, die man dabei hat, nicht so ganz klar. Ich hätte sicher aus dem Game und uns noch irgendwas. Ja. Aus uns glaub ich eher... Nein, Spaß. Also, das Game sieht schon ganz geil aus. Ja. Wäre sowas für ein Let's Play. Würde ich auch so sehen. Okay, nachdem jetzt auch... Ne, war jetzt auch gerade... Ähm... Sie hat schon gewohnt. Richtig für dich. Das Spiel ist auch billig. Oh, ho, ho, ho. Oh, sehr witzig. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sorry, das Geräusch kommt immer, wenn ich getroffen werde von irgendwas. Ich hab grad sechs... Ich hab jetzt sechs schwache Heiltränke... ...hergestellt. Wie hast du die hergestellt? Ich bin halt toll. Aus dem Zufall. Also, man braucht dafür Pilze. Und dann hab ich eine Crafting-Station für die gebaut. Oh, ich hab Pilze gefunden. Ja, Pilze brauchen wir immer. Und hier ist auch Kupfer. Wollen wir gleich mal in eine Mine gehen? Ich komm mir einfach mal hinterher. Ja. Was ist eigentlich... Was ist eigentlich der Spitz... Guck mal. Irgendwie gibt es... ...hab ich so ein Verstand in diesem System... ...sieb bei den Waffen. Die haben immer so Spitznamen. Und je nach Spitznamen... ...und je nach Spitznamen... ...die besiegte Spezialeffekte... ...die man auch wenn man... ...die man mit dem Haar guckt... ...auch wenn man sieht... Wie ist denn der Spitzname von deinem Schwert? Von meinem Schwert? Ja. Holzschwert. Und danach in Klammern? Gar nichts. Bei dem Holzschwert ist gar nichts. Bei mir ist es tödlich. Toll, das hat mein anderer... ... mein... ... Kupfer-Kurzschwert... ...hab ich sonst noch? Oder ich hab hier die... ... Kupferspitzhacke legendär. Na, das hat bei mir nix. Ah, das hat so ein anscheinend... ...weiles kleines System. Oh ja, Kupf... ... Kupf... ... Kupf... ... meine Schaf. Oh ja. Ich hab' nen Speer. Ich hab' nen Speer. Lol. Ich kann nicht, dass ich erstmal ein paar Pilze vergessen habe... ... mitzunehmen. Ja, ich bin grad ein. Das gibt's Sonnenblumen. Das ne Kiste. Ah, ich krieg die... Oh. Ich hab's... Ich hab' genau geschafft den Sprung. Was ist da drinne? Strahltrank Strahltrank? Was für Effekt hat der? Guck mal 5 Minuten Dauer Ein verstrahlt Licht, also man leuchtet Das leuchtet Blasrohr Geil, das ist ein Blasrohr 9 Fernkampfschaden 4 kritische Trefferchancen und sehr langsam Schwacher Rückstoß Zum Beispiel in einer Stabgamm Da muss ich jetzt Soweit ich es verstanden habe Okay, ich habe es gar nicht verstanden, ich gucke, warum es nicht in die Munition zu tun Meine erste Karte stimmte meine Länge in der Ey, ich gucke gleich mal Ey, ich gucke gleich mal mit Wiki Was man mit Muni, die man braucht Das wäre ja nicht, doch, er verdient halt so nicht Klar Okay Das ist ein Kieze, das ist ein Kieze mit einem Baum Ja, es ist wirklich Blasrohr Ja Oder? Warte, ich bringe nochmal kurz Äh, wo war das denn? Wo ist das? Hä, wo ist das, Junge? Ich will kein Problem, wo ich das hin habe Hast du es auch mitgenommen? Wurfmesser Woher hast du Hure? Wo hast du kleine Hure von nebenan eigentlich ein Wurfmesser her? Aus einer Küste Oh, ich habe das Blas, ja, Blas Blasrohr Ich hatte es vergessen, dass du nicht Ja, warte kurz mal Buchstabier ist doch einfach mal Blas, wie Blasen Blasrohr Wer mit er ist, oder? Wer mit er ist? Wer mit er ist? Wer mit er ist? Wer mit er ist? Bescheid sein, kannst du wegbleibt Und Rohr mit Haar, Nacken Kommt dann nix raus bis auf dem Weg aber nicht ein Wien und Spackmund Lager Klapp ich bin mit Blasenau der erste Nusserchen der 6 so gut oder so das habe ich nie gemacht kreis er hat du doch mal gut und wochen kreis 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 das sei als lässt sich aus das sei als lässt sich aus ich dachte du willst zu mir kommen, wo bleibst du denn? ich mache mal Abstecher für Pilze die Welt ist auch ein Ende für Minecraft, ne? die Welt ist auch ein Ende für Minecraft, ne? ich glaub die ist irgendwie begrenzt, man kann irgendwie auch einstellen, ob groß, klein, fick ich hab ganz groß du stehst doch auf groß wer nicht, ne? ich steh nicht auf groß, ich hab groß oh und schon wieder eine Truhe strahldrang und wieder oh Gott, ich werd dir rumgefegt, werd rumgefegt 440 leben so geht wieder ähm schnur schnursenkelappen schnursenkelappen ausgerüstbar ist das irgendwie aber schwer ja, das ist so eine Piste, womit kann man die ausgerüstet werden was das bringen soll oh granaten ich hab 5 granaten johan erstmal warum hast du 5 granaten und zweitens warum äh wofür brauchst du granaten schnurse um zu brauchen die betrachten zum werfen ich probier mal ne aus 60 fernkampfladen hopp halt bin grad ein bisschen unkompetent oh, ich hab das nicht genannt oh 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 muss geh drücken, ne? ey das sieht ja echt schwul aus noch mal nochmals aber diesmal bitte mit ganz viel Gefühl die Granaten sehen echt super stark aus so schlimm richtig schlimm alles ist wieder Nacht ich bin aber gerade nur halben Kilometer von dir entfernt er ist ganz schön ja es ist ganz schnell nach rechts läuft dann könnte ich dich verteidigen oder bau mal wieder Haus da wo du jetzt bist so ganz mickkriege Hütte Kuppelhütte ist passiert alter Piranhas sind wir ehrlich Piranhas ja Piranhas na Piranhas ne Alter kann ich den Fotzen nicht schwimmen? bin bei dir Alter dann komm hier nach rechts Alter sind die stark ich hab dir auch wessen aus und bist du auch in der Nähe von unserem Hausleder ja aber meine ganzen Sachen wie hast du die behältst du doch? ne ich hab Eiltränke ich verrecke mich oh ich hab die Linse also dir liegen da paar Sachen die nehme ich noch mit echt jetzt? ja die will ich haben habe ich verloren? ja ein paar nur sowas wie nur sowas wie Geld ich fühl mal viel das kann sogar gar nicht mehr Geld verdienen also ich hab noch mal ein 16 was fies ich denn mit dem Blasrohr? was verlier ich denn da bin ich fiese? oh Saab oh Saab brauche ich ein bisschen mehr Saab wenn ich nicht mehr nix von hab jetzt komm her du scheiß kleine Hase alter ein Schuss er ist tot ich brauche Saab ich brauche Saab ich brauche Saab ich brauche Saab vielleicht stattfinden wieso steht da nicht so ein guter Penner rum? was ist denn Saab? Saab 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 ach Saab ja Saab da fasst wir mehr als genug ne? mal keine Ahnung als genug mich ehrlich jetzt nix das ist schon wieder verreckt passt da 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 ja klar klar doch ich habe mich an alle Gegner rein die hier in der Nähe sind ja 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 da ja das ist voll immer mehr ich gehe mal die Anrufe ich gehe mal die Anrufe ich mache so was da so spannend ist ja weil wir gerade sagen müssen vertreten gelatscht so haus ist ja in der Richtung ich bin ja ähm ich erkunde ja gerne ich bin so ein Ferner Kundin ich brauche mehr da das verstehe ich nicht alter die Kiste hab ich fast übersehen elf Silber da fahre ich über 20 davon habe ich 15 Uhr noch ja man verliert Geld ich hab schon wieder Granaten warum bist du eben verreckt wenn du Handgranaten hast Alter die Töte ist doch selber gut mach doch mal mit der musst du geschickt werfen ich hab schon wieder ein Stern in sich ich hab schon wieder ein Stern in sich oh Quas ich hab eben zwei aufgenommen alter Kupfer so sammelt man irgendwie üblich schnell ich hab zwei Augen, zwei Augen mit der Kanate oh weißt du wie mein irgendwie hab ich mal gehört dass man ähm da Zimmer einrichten muss für Typen da dann kann man sich bei denen da was kaufen also hier sind zwei Sterne direkt nebeneinander ja hatte ich auch gerade lass mich doch hier hoch lass ich mich gerade um zu kommen ich bin zu fett du bist eigentlich magersüchtig bin ich magersüchtig fett das aussehen wenn ich mit den Stern greife das aussehen wenn ich mit den Stern greife das aussehen wenn ich mit den Stern greife ja was bringt das eigentlich ja was bringt das eigentlich wird zum gut so gerne gute Range und das sieht ganz einfach behindert aus das macht aber auch scheiß wenig Schaden und jetzt erpisch dich du scheiß Baum und wegen diesem Schadbaum zu nicht machen und noch kaputt ach man kann durch jeden Block durch kämpfen kämpfen boah verschwinden hier ist super schade boah jetzt wird ruhig ja aufs übelste auch hat er nicht lange dauert ja wir hätten wetten sollen komm jetzt wäsche weg und schütt dich alter 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 ich hab hier auch mal da ich hab Goldfische ich hab hier noch mehr aber ich hab hier noch nicht Alter gewurfen das ist mir auch nicht schlecht komm doch mal meine Richtung wie wärs das ich hab hier noch mal ich hab hier noch mal blaster mal los ich verteile mal ein paar Packen auf den Weg Ich hab die auch schon ganz oft gemacht, dann geht aber langsam die Fackeln raus. Ha, der ist voll ins Auge gestochen. Alter, wenn ich mit dem Speer das Auge gut treffe, dann greift es mich nicht an. Alter, schon wieder ein Speer. Ich hab glaube ich jetzt gleich 5 Sterne oder so. Geil. Warte, guck mal kurz. Ja genau, Punkt Sterne. Das war nur geraten. Ha, Double Damage. Ach und hier, wo ich grad bin, sind übelst viele Gegner. 3 Zombies, ein Auge, was vielleicht tot ist. Hat noch viel Leben, das ist ein Hit. Ja, ich hab jetzt auch ne Linse. Gute Info. Alter, da kommen wieder ganz viele Zombies an. Bleib bei meinem geilen Speer. Uch. 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 Guck ein Glasrohr mal. Ey, blass das mit mir in, Blasrohr. Okay, dann blass den mal ein mit deinem Rohr. Ach, ne Möccle. Woraus ich hinter mir sage, ich kann es einfach links oder rechts sagen. Wie viele Pilze hast du? Ich habe sechs. Alter, ich bin am Arsch. Rette mich. Rette mich. I'm coming. Achtung, da kommt ein Auge. Ach, die machen nur 20 Schaden. Ich hab nur zwei Leben. Ach, das fasst du noch im Auge. Du bist ja nur zehnmal so viel Schaden, wie du gesehen hast, ne? Oh, man, wir können einen Ofen machen. Ich weiß nur, dass wir ein großes Loch dafür brauchen. Auge tot. Ja, passt genau an genau drei. Ich bin geil. Du hast einen Ofen gebaut. Weiß ich nicht. Ne, aber du hast einen Ofen gebaut, ne? Hm, ich kann Eisenbahnen machen oder Kupferbahnen. Ja, das brauchen wir. Mach mal Eisenbahnen. Ah, ne. Ah, ne, ich kann aus Eisenärzten... Okay, wie viel soll ich machen? Eisenbahnen? Mach mal alles. Dreißig. Alter, ich mach mal diese Tür kaputt. Alter, ich kann meinen Sperr, man kann ich da durch angreifen. War mir jetzt zumindest. Oh, mach nicht. Alter! 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 Alter, das hast du alles schon eingesammelt, du Penner. Ich hab wahrscheinlich auch die meiste Arbeit gemacht mit meinem Sperr. Ich hab mir mal ganz einen Sperr geschlagen. Warst du das zufällig? Was? Wer mich da getötet hat, oder? Wir machen uns auch gar keinen Schaden, oder? Ich weiß es nicht. Das wird mir jetzt schnell sein, oder? Das wird mir auch nicht gefallen. Nicht so ähnlich wie so. Aber... So schlimm finde ich, das ist nicht, wenn man stirbt. Wissen behält man ja. Ich hab schon wieder 48 Silber. Ich hab grad einen Goldfisch eben gegessen. Mh, lecker. Ich hab 63 Schuss. Alter, wie bist du so schnell hierhin gekommen? Bin ja nicht gestorben. Doch, da stand eben, dass du gestorben bist. Anni ist safe in the world, you don't. Ne, ich war halt nicht so einfach. Warte, ich mach dir mal ein Geschenk. Einen Moment. Guten Appetit. Fuck, ich hab's doch nicht gegessen. Ne, ja, ich hab's gegessen. Ich wollte eigentlich grad... ... ein Geschenk machen. Warte, wie kriegst du mal... ... Heiltränke. So, danke. Gibst du mir denn mal ein bisschen Eisen? Kein Eisen. Hast kein Eisen? Hab kein Eisen. Aber man geht mal ernst. Alter, ich hatte eben drei Eisen, das hab ich nur eins. Ich hab... ... okay, der Eisen. Wie viel Erz hattest du denn? Ich hab... Achtung, es leidet bei dir. Vor dir. Den sperrst du doch noch mal, oder? Ja. In meiner Hose! War so krass, dass es kommt. Okay, ich guck, was man mit der Linse machen kann. Essen. Nimm sie weg. So, als hab ich mir... ... noch mal ein Feuerfall gemacht. So, wie die Maus? Äh... Uh! Uh! Burn, mach ich mal auf, Burn! Uh! Burn, mach das! Alter, es gibt Dynamit, es gibt Morgensterne! Vergiss, wird es besser. Was, gelig, bin... Ich bin... ... in meinem Bauch Ekelpulver. Was in dem? Ekelpulver. Für was? Für vergiftete Pfeile. Äh, ähm... Ich weiß nicht, wer vergiftet ist es, glaub ich. Alter! Gibt es ein... Alter, es geht mir schwer, dass es größer ist, als man selber. Ungefähr doppelt so groß. Geil. Geil. Fällt die Wann an. Blasroh, ich hab das Blasroh gefunden. Er ist eben so ein kleiner... ... die Bläser. Die Bläser, Blas und Schleusel! Alter! No! Du siehst gerne raus! Du, die hast ein... ... so mies! Ähm, ich sag nur Schule und Bullshit und... ... fickt euch die... Nicht der, der ist... So. ich habe jetzt über 100 feuerpfeile was ist das herstellen die die das um keine Ahnung ich probier's mal das war der Widerstand hast du mir den grad gegeben Ok kannst du behalten, wenn du willst, aber kannst du mir auch wiedergeben, wenn du willst. Du brauchst auch eine Fernkampfbarfächer. Alter, guck dir das an. Moment. Ich bin bei dem Game hier nicht auf so groß. Public spielt sich das nicht so gut. Das ist eher so ein... Also ich werde das für einen ganz kurzen Cut und dann... Erstmal machen wir die Wertung vom letzten Test. Also meinst du das Ende für das letzte Test? Ja. Ja, also ihr seht mich hier noch für Motion, also... Ich fand das Game gut, gelungen. Nachgemacht aber gelungen, eine gute Nachmache. Das war nur 2D, aber... Das war egal, die Dimensionen. Ja. Und gegen 2D kann man ja auch nichts sagen, die kommen ja im Montag auch wieder so schön im Trend rein. Ja. Ähm... Wollt schon sehr gut sagen, aber... Warte, hab ich noch eine Granate? Ja, ich hab schon alle verdingt. Und das hätte ich nicht bezahlt. Du, da... Weil ich will meinen Buchstern ausprobieren. Oh, 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 oh. Ähm, also welche Note ist? Ich hab' nicht gehört. Das wird schon sehr gut sagen. Aber wenn ich jetzt mal... Also... Ich hab' jetzt mal vergleichen mit Elferspace, was mir jetzt mehr gefallen hat. Weil ich mache jetzt eher so eine Rangliste. Anstatt jetzt einfach nur Noten zu vergeben. Weil das finde ich einfach auch fairer. Also, es ist auf Basis noch höher. Ja, sagen wir mal... Das Spiel hier kommt auf den zweiten Platz. Und zweiter Platz ist immer auch geil. Ich mach dann auch mal... Ich erstell den auch mal in Rangliste. Auch. Mhm. Ja. Auf der Website, ne? Mhm. Gut, und dann... Du machst das jetzt schon, ne? Ja, und falls ihr den Link in der Website braucht, guckt Geld für die Beschreibung. Das ist auch noch. Ja. Da ist unten alles verlinkt. Das macht jetzt wie viel da schon. Die Gure von eben an. Ich würde dann auch sagen, wir machen dann auch gleich unser Let's Play. Also... Das wollte ich jetzt mal nicht sagen, aber machen wir dann. Ja, wir fangen... Wir haben uns jetzt gerade entschlossen. Let's Play. Okay, das war eigentlich schon vorher entschlossen, weil... Was ist denn? Vor dem Let's Test. Wir wussten schon vor vom Let's Test, dass es gut wird. Also... Wir können alle in die Zukunft sehen, deswegen... Nein, wir haben bald wieder Let's Play geguckt und... Uh! Ja, das sieht einfach geil aus. Und das ist mal was anderes. Wir brauchen ein bisschen Abwechslung auf unserem Kanal. Ja. Da kommt uns alles zugute. Also... Bis dann. Ciao! Ciao!